Das ist schon richtig, jawohl. Okay, da hast du nicht Spaß. Dirk, da bleiben wir jetzt mal nach. Bier, Pfeffer und Zisch. Im Pfeffer machen wir ja auch ein bisschen Gas. Wie schaut das hier genau aus? Ähm, wir haben halt auch einen Startpack, oder? Ja, das sieht auch aus. Und, ähm... Der, der hier, der schluss alles kapital hat, der kann ich gleich einfach aufrufen. Okay, das wäre...